und damit willkommen zu einem neuen kleinen projekt auf meinem kanal wir spielen project 13 perception test einem kleinen wie nennt man das horror anomalie game könnte man sagen ist auch ich weiß gar nicht habe ich schon mal so als doch ich habe schon mal so eins gespielt dieses dieses night watch das ist ja so ähnlich ich habe auf jeden fall schon mal reingeguckt es lief allerdings nicht wirklich gut denn ich habe nicht wirklich anomalien erkannt immer nur so gedrückt und dann war es gott sei dank richtig aber oft bin ich dann auf null gefallen wir schauen uns einfach mal an hier haben wir noch mal die anleitung ist ganz simpel einfach nur mit der maus gemacht und option muss ich glaube ich nichts mehr einstellen nö 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 ok wir starten mal deswegen können wir jetzt auch das intro überspringen wach auf wir sind aufgewacht hallo proband du bist wach gut konzentrieren sie sich jetzt auf die charts vor ihnen ach so willkommen proban sie wurden für den wahrnehmungstest ausgewählt vor ihnen befinden sich drei schaltflächen grün rot und weiß das sind jetzt ihre knöpfe behandeln sie sie mit respekt und sie werden sie so behandeln wie sie es verdient vielleicht siehst du dinge die dir gefallen oder nicht aber das ist nicht wichtig es ist wichtig dass sie grün drücken wenn sie nicht sehen was außerhalb ihres verständnisses liegt drücken sie rot wenn es außerhalb ihres verständnisses von normalität ist mit der weißen tasse können sie die szenerie betrachten verweilen sie jedoch nicht zu lange denn dein verstand ist durch ein festgelegtes budget begrenzt während das tor geöffnet ist du willst es nicht jetzt habe ich extra schläge machen mache auch weg konzentriere dich und kümmere dich nicht um den mann hinter dem vorhang er ist nicht hier um zu helfen viel glück okay es geht los wir starten okay kenne ich noch nicht also wir sollen jetzt auffälligkeiten finden anomalien entdecken war da jetzt gerade was schwarze sind jetzt sind schatten nur sein schatten ne ja es ist nur sein schatten okay das hühnchen ist da also da plöpft immer irgendetwas auf ich weiß halt nicht ob das der schatten darstellen soll oder was das sein soll wir müssen uns natürlich auch ein bisschen beeilen aber ich gucke mir das jetzt erstmal alles ein bisschen genauer an sagen wir mal ich glaube 13 müssen wir schaffen um die runde zu gewinnen anomalie entdeckt guck mal steht hier sogar es ist richtig ich habe aber keine ahnung ob es jetzt wirklich der schatten war und das ist halt bei dem game irgendwie ein bisschen das problem könnte auch sein dass da irgendwo ein gesicht oder so war so wie der kollege da das kenne ich auch nicht wie gesagt ich habe auch noch nicht viele szenerien gesehen da ist er der drecksack aber das zählt nicht als anomalie glaube ich schwierig ne also ich könnte es jetzt echt nicht sagen unterm bett ist unterm bett eine schwarze gestalt weg damit anomalie am start achso ich muss ja drücken wieder teddy bärn die ganze szenerie ist merkwürdig ne warte erstmal einmal so ein überblick verschaffen dem fehlten fuß ist es ja könnte auch sein dass er den verdeckt oder so also das zum beispiel finde ich jetzt ziemlich schwierig da könnte ich es echt nicht sagen sagen wir mal ist in ordnung das ist schwierig oh yes oh yes jetzt freue ich mich und das noch so weit alles so weit entfernt scheint alles normal zu sein ne bügeleisen eimer ein paket alles in ordnung oder da ist auch nichts also ich würde sagen ist es alles in ordnung ich weiß auch nicht wie lange man sich die szenerie anschauen muss ja ich freue mich viel zu viel weil ich werde so auf null fallen ne ich werde so auf null fallen ne warte noch nicht ran erstmal einmal ne okay jetzt geht sie wieder zurück jetzt fängt es normal an die sieht ein bisschen komisch aus sieht die komisch aus oder ist das das licht ne die sieht doch komisch aus ne ah ja die guck mal die hat doch gar keine augen und so weg damit ja safe das war safe das war absolut ich bin viel zu langsam ich bin viel zu langsam für anomalien das einhorn ist ein bisschen klein aber ich glaube nicht dass das das problem ist ne luftmatratze da oben ich weiß nicht was das sein soll sie hat füße ist das eine anomalie ich würde sagen es ist eine anomalie weil die hände die hände komisch aber es könnte auch jetzt design fehler gewesen sein ne oh ich hoffe es waren auch die hände ich weiß es nicht ich hoffe es willkommen im Weltraum ganze Szenerie ist merkwürdig ne boah da hätte ich glaube ich so Augen aufblick blitzen lassen im Helm hm aber wirkliche anomalie erkenne ich nicht ich denke immer das sind Augen aber es sind nur die Lampen könnten jetzt mal hoch Dreck sagt der ist noch nicht da also ich würde sagen es ist keine ah siehst du dann traue ich mich nicht wenn ich keine sehe traue ich mich nicht oh oh nice okay weiter geht's wir sind aber viel zu langsam es ist vom Baum glaube ich ne ist eine Krähe da oben ist auch eine Krähe was ist das ah du verdammten du tja ich könnte es nicht sagen ne oh oh wir sind gleich sowieso ah komm okay wir schaffen eh keine ich glaube 13 Stück müssen wir erreichen ähm sagen wir mal das war normal ich habe keine Auffälligkeiten gesehen und ach super ist jetzt eh gelaufen oh oh nimmt die nicht ab wenn ich hier drin bin ja okay gescheitert leider gescheitert ach man aber was war die Anomalie war das wirklich dieses Stück auf dem ähm auf dem ja auf dem auf dem Stamm da ja das ist eine Anomalie direkt erkannt sauber ich könnte jetzt sagen wie hält der das Buch ne es ist aber schwierig weil es könnte auch einfach nur ein Problem wirklich mit dem Design sein haha aber wir sind ja noch nicht weit pass auf wir sind noch nicht weit wir sagen es ist ein Fehler wegen dem Daumen weil er durchs Buch durchschaut wie gesagt könnte jetzt aber auch einfach nur vom Design her ein Fehler sein ja okay dann war es nur alright schade das sind die einzigen die ich da sehe und erkennen kann die freut sich was kommt für gestalten ja ich würde sagen ist normal aber könnte auch was im Fenster sein hm wir sagen mal wir sind ja sowieso am Anfang und wir haben eh gerade einmal richtig reingehauen leider das ist gar nicht so einfach ne aber es war richtig dass es normal war schau äh super schau ja schau bestimmt schau ja also da würde ich direkt sagen ist eine Anomalie jawohl kriege ich Pluspunkte mit dem Verstand eigentlich Kinderzimmer Happy ist am Start finde ich gut ich hätte gedacht vielleicht dass da irgendetwas im Zelt ist oder rauskommt oder unterm Bett aber ich glaube es ist dann auch permanent da ne das ist jetzt nicht so ein Ding was verschwinden würde glaube ich also zum Beispiel so ein Augenzwinkern oder sowas als Beispiel jetzt nur dummes Beispiel ne also ich würde sagen es ist alles normal oh was war das denn für ne komische Musik ein Zug oh das fiel super schwer das ist nicht super schwer oh nein aber ich glaube da hinten ist irgendetwas also irgendwie hinten ist etwas es ist aber so schnell ich erkenne es nicht da klebt irgendwas oder guckt raus irgendwie so jawohl schön da würde ich sagen hier Anomalie oder nein das Gesicht das Gesicht das Gesicht das Gesicht ey ja ich drücke hier bam das ist richtig siehst du ich weiß das ich gucke dich an du Vogel so so okay das passt das müsste auch passen vier Beine also ich würde fast sagen es passt es ist alles in Ordnung ich traue mich nicht zu drücken oh Gott sei Dank können wir das einfach mit Anomalien machen das ist einfacher das ist viel viel einfacher als das das haben wir jetzt Frösche halber Frosch das sieht so aus wie so ein halber Frosch irgendwie das passt doch nicht oder oh das zu treffen da wenn du so nah bist also das ist doch nur ein halber Frosch Anomalie mein Freund wo bist du komm raus was wenn ich denn weiß drücke jawoll Haken dran achso ich muss ja nächste Runde ist es eine Anomalie wenn ihr mich anguckt Junge du bist gruselig ey der hat Hände der hat einen Fuß sieht gut aus für die ganzen Fußfetischisten 1 2 3 4 5 da ist normal ich würde jetzt sagen auch hier ist ist alles in Ordnung oder ist normal außer dass er mich so komisch anguckt und dann wieder weg guckt oh das ist schwere ich bin unterm unterm äh Sofa ist auch nix ist auch nix komm wir machen mal ist in Ordnung das Problem ist wenn ich jetzt sage da ist jetzt keine Anomalie das ist in Ordnung und der sagt mir doch da war eine was war die dann war das das dass er mich angeguckt hat oder war es was anderes oh Gott sei Dank okay brauchen wir uns keine Gedanken drüber zu machen es geht weiter wir haben nicht mehr lange wir müssen uns beeilen okay hier wissen wir das ja ne die sieht diesmal normal aus guck mich an die sieht auch normal aus heißt es dass jetzt keine wir versuchen das jetzt mal wir haben eh nicht mehr so lange Zeit deswegen äh falls wir verkacken ist es jetzt nicht so tragisch oh yes Katzen ja weiß ich nicht ist normal oder die hat ein bisschen den Mund auf wir haben nur noch zwei Striche wir haben eh jetzt nicht mehr so lange Zeit wir sagen es ist normal ich wüsste sonst jetzt nicht ach vielleicht war da irgendwas drin in dem Körbchen da hab ich nicht reingeguckt oh ja ein Hund ist eine Anomalie da ist irgendein Hirschkopf ein geisterhafter Hirschkopf scheiße ich weiß nicht mehr was war es denn es kann ja sein dass wir jetzt eine Anomalie war das letzte Mal eine Anomalie scheiße ich weiß es nicht er hat das wieder mit dem Finger wir haben noch ein bisschen Zeit ich wüsste nicht ich wüsste nicht was die Anomalie sein soll Budi alles in Ordnung ok 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 wir müssen uns entscheiden was sage ich was sage ich was sage ich sage ich ist in Ordnung ich habe nichts Auffälliges gesehen oh wir schaffen es ja eh nicht ist viel zu lange ich müsste jetzt sofort eine Anomalie sehen ja das ist für mich komplette Anomalie ey ist das scheiße ist das scheiße ist das scheiße 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 ok ok wir müssen ach scheiße 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 ah nein ich habe nichts gesehen ich wusste nicht ist es normal ist es nicht normal ah wir müssen nochmal da durch aber egal 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 so lernt man ja Anomalie da war jemand im Hintergrund äh wow Anomalie ich hätte fast falsch gedrückt Anomalie 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 Ich sag dir ehrlich, aber ich wüsste nicht, was hier eine Anomalie sein soll. Ich weiß auch nicht, ob jedes eine Anomalie hat. Also hat jede Szenerie eine Anomalie? Also mir fällt bei denen hier nichts auf. Natürlich ist die ganze Szenerie ist komisch. Was bewässert der da? Zum Beispiel mit der Gießkan ist es ja maximal dumm, aber ich sag mal, es ist alles in Ordnung. Ich weiß es nicht. Jawohl. Nee, ist normal. Und die ist auch normal. Also heißt es keine Anomalie, ne? Hoffe ich. Nicht, dass die da auch noch verschiedene Anomalien eingebaut haben. Das wäre fies. Oh, die haben verschiedene Anomalien eingebaut. Wie fies seid ihr denn? Das schaffen wir doch gar nicht mehr. Boom. Boom. Boah Ich weiß es nicht Ich sehe keine Anomalie Ich sehe keine Wir entscheiden uns Für nein Richtig Bin ich mal gespannt wie es ist Wenn die eine hat So da war im Gesicht von ihr Ne es war die andere Puppe Oh Mist ich weiß es nicht Die grinst mich auch zum Beispiel So bescheuert an Bilder Ey du kannst so reinzoomen Der immer vor aus dem Fenster winkt Jemand einfach Wie fies wäre das denn bitte Neher kann ich nicht Aber es sieht gut aus Also ich würde sagen Hier ist keine Anomalie Außer dass sie mich komisch anguckt Bin mal echt gespannt Wie viele Durchgänge Wir brauchen Bis es komplett Fertig ist Weil irgendwann kennt man die ja Wir wissen der Frosch Hat ein Problem Hat auch noch Ein anderer Frosch Ein Problem Ich würde sagen Diesmal nein Wir müssen uns ein bisschen beeilen Wir müssen ein bisschen schneller sein Auf jeden Fall Oh yes Die Schwerttypen Doch da ist es auch wieder mit dem Schatten Dann wird es das nicht gewesen sein Im Gesicht vielleicht Das Gesicht ist normal Das Gesicht ist auch normal Ist ein Hühnchen Ist ein Hühnchen Ist ein Hühnchen Ist ein Hühnchen Keiner hat ein Ei gelegt Schwierig Wie gesagt Wie gesagt mit dem Schatten Das weiß ich nicht Wir sagen mal ja Wir werden das die Runde Eh nicht mehr schaffen Es geht jetzt nur um ein bisschen Auswendig lernen Von den Dingern Aber das wird falsch sein Bestimmt war da irgendwo was Nein Wir sind richtig Problem ist Ich weiß nicht mehr was hier die Anomalie war Ich glaube da hatte ich auch gar keine gesehen Hat einfach auf gut Glück funktioniert Hände hat sie Schuhe hat sie Also Füße Sie ist da Unterm Bett Schaut nichts hervor Ich weiß auch gar nicht Ob das überhaupt geht Oder ob das komplett bis nach unten geht Ne geht nicht komplett bis nach unten Das ist einfach nur schwarz da unten Ich sag ist alles in Ordnung Jawohl Der Ritter Der dritte Dem fehlte der Helm Und dem brennt bestimmt auch der Helm Wenn das keine Anomalie ist weiß ich nicht Nein Die verkackten Tiere Da weiß ich nicht Irgendwo muss ja Irgendwann muss ja da auch eine Anomalie vorkommen Aber ich wüsste noch nicht mal Das ist eine Anomalie Da ist ein Talking Bear Nice Schönes Ding Schönes Ding Hier war glaube ich keine Ne Also hier hatten wir noch keine gesehen Sie sieht normal aus Sie guckt an die Decke Das sieht auch normal aus Ihre Hand sieht diesmal auch normal aus Ist ein Pferd Ist ein Killerwal Ein Orca Ich würde sagen Ist diesmal in Ordnung Oh yes Oh ne Hier weiß ich es auch nicht Also den finde ich besonders schwer Ne Weil Ich kann nicht sagen Was wäre denn eine Anomalie bei ihm Er guckt mich dumm an Aber könnte auch einfach nur sein Dass er vor dem Fernseher vorbeischaut Ne Oh bei dem weiß ich es einfach nicht Ist der Fernseher ausgegangen Ist das eine Anomalie Oder ist es normal Ja ich weiß es bei ihm nicht Ich weiß es wirklich nicht Bei wie viel standen wir denn jetzt Neun ne Schaffen wir eh nicht mehr Wenn nicht Oh gut Oh shit Die Katzen Ist das ein bisschen komisch Kann ich nicht sagen Fehlt der etwas Die sieht ein bisschen komisch aus Ne Als würdest du auf noch einer Katze Sitzen oder so Sagen wir mal Anomalie Wir haben eh jetzt gleich verkackt Also sagen wir mal Anomalie Oh es war nichts Ja ich guck noch nicht Okay da war er schon Ich hab mit gerechnet Schade Ah wir müssen nochmal los Aber so kriegen wir Wenigstens auch alle Szenerien Zu Gesicht Diesmal in Ordnung Ja Ich würde sagen Diesmal ist es in Ordnung Ich vertraue jetzt darauf Dass da vielleicht nur eine Anomalie am Start ist Jawohl Ja und hier Ich hoffe ich sehe mal Irgendwann eine Anomalie Hier drin Der freut sich ein bisschen Zu viel vielleicht Okay es ist keine zu sehen Ich weiß es sonst nicht Wir sind ja jetzt noch am Anfang Gut dass das jetzt kam Aber es war korrekt Sauber Gucken uns erstmal die beiden an Aber die scheinen auch wieder Hände 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 Jetzt geht es hier auf sie zu Aber es sieht gut aus So gucken wir uns die anderen an Ja 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 okay Nochmal Ja sieht aber gut aus Ich würde sofort sagen Es ist keine Anomalie Weil sonst war die Anomalie Immer so ein Skelett Deswegen vielleicht jetzt einfach sagen Nein es gibt gar keine Jawohl Also es ist nur Ja es war jetzt so ein schwarzer Balgen Ist die Frage Ist das die Anomalie Nein ne Es war dieser weiße Kopf Da ist der weiße Kopf Und der war jetzt nicht zu sehen Also dürfte keine Anomalie da sein Aber da weiß ich es nicht Oh yes Oh yes Oh yes Ah sind wir wieder bei der Bei der habe ich auch noch keine Anomalie gesehen Hände Hat sie Füße Ja Sie guckt mich an Ist aber ne freundliche Im Spiegel Nichts Unterm Bett Nichts Nichts Also würde ich sagen Meine böse guckende Lampe Äh aber das zählt ja nicht Also würde ich sagen Es ist alles in Ordnung Hier bei ihr Oh ja Gib mir Leichte bitte Ja ne das nicht Das ist Das ist richtig blöd Er Buddha freut sich Er Backt immer noch mit seiner Hand Und Und dem Dingen Dadurch Sonst Alles in Ordnung Kronleuchter Ist in Ordnung Die Schatulle Ist in Ordnung Flasche Flasche ist super Klasse Flasche Da liegt ne Hand Geil Gesehen Na au Ich muss drücken Nice 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 Hand ist normal Gesicht ist normal Füße Hatze Pferd Einhorn Wal Ich dachte schon das wäre ein Gesicht Aber das ist trotzdem etwas ne Das bewegt sich Das ist wie so ein Käfer Das ist eine Anomalie Vielleicht war das letztem auch Das war gar nicht die Hand Sondern das Ding Ich hoffe das stimmt jetzt auch Ich habe vorher nicht drauf geachtet Ob es das war Jawoll Schön Hat sich doch auch bewegt Oh nein Doch bei dem habe ich hier glaube ich jemanden gesehen gehabt Ne War das das Ich hoffe es Aber das sieht diesmal Mindestens da schon mal gut aus Die Vögel Sehen tippitoppi aus Und du Kollege Guck mich mal an Also ich würde sagen Es ist alles in Ordnung In bester Ordnung Aber wenn da auch so schlecht zu sehen Die Kinder dabei sind Könnte ja sein Könnte ja sein Dass irgendwas aus seinem Ohr rauskommt Oder sowas Oder aus dem Vogel Huch Wo ist der Vogel Ich würde sagen Es ist alles gut Es ist alles gut Es ist alles in Ordnung Oh den kenne ich noch nicht Den hatten wir noch nicht Also er guckt auf jeden Fall ein bisschen äh Ängstlich Bedröppelt Aus der Aus der Sturmhaube Meister Versteckst du irgendwas Könnte sagen Er hat keine Waffe Aber wie gesagt Ich hab das Bild noch nie gesehen Vorher Also die Szene hier Deswegen kann ich nicht sagen Ob er sonst immer eine Waffe hat Aber wo soll die dann auch sein Shit Also ich erkenne Ich erkenne so nichts Auffälliges Also Sagen wir mal Es ist alles super Boah ey Da war das der Kollege Glaube ich Der ist geschenkt Der ist auch geschenkt Boah ich hoffe die schenken jetzt nochmal einen Bitte nicht den Typen am Fernseher Bitte nicht Bitte nicht Bitte was ganz einfaches Wo man es sofort sieht Das kenne ich nicht Hallo Was ist hinterher Ist das der Zopf Ich hoffe es Wo ist der andere Typ Hier ist er Auch alles in Ordnung Bei ihm ist glaube ich Auch alles in Ordnung Bei ihr auch Bei ihr auch Außer das Was ist das Vielleicht freut er sich nur Sollen wir sagen Ist alles in Ordnung Wir haben eh nicht mehr lange Ich habe nichts gesehen Also ich habe nichts Auffälliges gesehen Wo bist du Äh In Ordnung Habe ich gesagt Oh yes Scheiße Hier habe ich auch noch Keine einzige gesehen Verlust der Geistlichen Gesundheit Kann man es denn überhaupt Abschließen Das ist ja jetzt die Frage Also 13 Stück Hatten wir jetzt Wir machen noch mal Eine Runde Da würde ich sagen Reicht es auch Oder Also wie gesagt Ich habe keine Ahnung Ob wir das überhaupt Abschließen können Gut dass das jetzt Zuallererst kommt Da ist aber eine Anomalie Keine Hand Was könnte die andere Anomalie sein Also ich würde sagen Es gibt sonst keine Weil ich auch noch Keine andere gesehen habe Könnte aber natürlich sein Dass bei ihm Irgendetwas noch ist Aber das sieht auch gut aus Deswegen sage ich mal Dass hier alles in Ordnung ist Wie viel müssen wir schaffen 40 Oder wie viel gibt es 50 60 Oh und das ist eine Sau Ist das ein Haken Ja ich dachte Vielleicht winkt da einer raus Oder so Das wäre ja eine Anomalie Also ich sehe hier Nichts Was an Warte geh doch mal runter Es sah gerade so aus Hätte da jemand durchgeguckt Aber doch nicht Das kenne ich nicht Es liegt auch so nichts herum Also ich würde sagen Es ist in Ordnung Der hat ein Ohr Der hat eine Nase Alles in Ordnung Verzieh dich Das ist eine Anomalie Haha Oh nein Jetzt wissen wir Was die Anomalie da ist Sauber Oh hier hatten wir Auch noch nichts gesehen Ich würde sagen Wenn Wird da irgendwas sein Maybe Maybe Und sonst Sehe ich auch nichts Also bringt mir auch nichts Noch näher in schwarze rein zu Rein zu zoomen Sage ich mal Sonst würde ich ja Irgendwelche Augen oder so sehen Deswegen ich sag mal Ist das alles in Ordnung War das nicht die Statue Die hat geflackert doch Bei einem Mal hat sie geflackert Flackert aber nicht Ist natürlich die Frage Kann irgendwas anderes hier noch was sein Mit dir alles in Ordnung Ja Augen hat sie Hände hat sie Füße Schuhe hat sie auch Also ich würde sagen Füße Füße ja Füße Hand ja Hand Ich würde sagen Jetzt ist alles in Ordnung Was wäre denn der Hardcore Modus Ja und wie gesagt Bei dem habe ich auch noch Keine Ahnung Dass irgendetwas im Was ist denn mit seiner Hand Warte mal Mach nochmal Achso das ist so ein Schuppending Das ist glaube ich normal Der sieht auch normal aus Und der sieht auch normal aus Das Huhn sieht normal aus Das Huhn sieht normal aus Das sieht auch normal aus Hier im Hintergrund Der komische Schatten wieder Da ist ein Baumstumpf Und ein Mülleimer Oder so ein Korb Wahrscheinlich kommen da die Die Katane rein dann später Ne macht ja auch keinen Sinn Dass man da die Das sind ja eigentlich Holzschwerter glaube ich Aber ich würde sagen Es ist alles in Ordnung hier Also ich habe da nichts gesehen Was anomalisch ist Oh yes Ja 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 Die zieht eine Fratze Die zieht eine Fratze Der könnte natürlich auch geschenkt sein Aber diesmal Ist es nicht Es ist schöner Wenn die Anomalie zu sehen ist Aber ich sage jetzt mal Weil wir das jetzt schon Ein paar Mal gesehen haben Dass alles in Ordnung ist Weil sonst müsste da Ein Skelett sein Oh neun Sauber Boah bitte Oh nicht das Obwohl hier war einfach Da hing etwas Da ist die Anomalie Geil Hoffentlich kommt nicht Dieser Elch wieder Und der Typ im Fernseher Bei wie viel waren wir? Schild Ich habe zehn Oh die könnte auch geschenkt sein Ach shit Sie sieht normal aus Sie sieht auch normal aus Und Sie sieht auch normal aus Also Würde ich sagen Es ist normal Es sei denn Es ist irgendwas Mit den Händen und Füßen War ich vielleicht Ein bisschen zu schnell jetzt? Oh ich war zu schnell Nein Entscheidung Fortfahren Wie meinst du fortfahren? Wie meinst du fortfahren? Wir können doch eh nichts mehr machen Schaffen das doch eh nicht mehr Es sei denn Wir gehen auf ganz ganz schnell Und sagen Hier ist alles in Ordnung Weil auch das runter machen Das kostet ja enorm Zeit Hier habe ich auch leider noch Keine Anomalie gesehen Deswegen weiß ich nicht Wie die hier in Erscheinung tritt Ich glaube das ist normal Anscheinend Oder hatten wir da Letztes Mal einen Fehler gehabt? Hm Ich muss sagen Das bockt sich schon Das bockt sich schon Nur was natürlich immer Blöd ist Ist dieses runterfallen Auf null Okay Er schießt auf uns Aber was war denn dann Die Anomalie hier bei dem Ding? Sie ist doch ganz normal Sie ist doch auch ganz normal Und sie ist Auch ganz normal Diesmal Hinten Die hatte hinten was Ah man Am Rücken hatte die In der Mitte etwas Hmm Also ich wäre fast für Für alles in Ordnung Ist ein Bagger Ich würde sagen Ist alles in Ordnung Ich hoffe es Ich habe keine Auffälligkeit gesehen Wir waren eh Wir sind eh nur bei vier Wir können das eh nicht mehr schaffen Ich weiß gar nicht Wieviel muss ich denn schaffen Um überhaupt zu gewinnen Hatten wir nicht da Letztes Mal das Problem gehabt Dass Wir Gesagt haben Da ist Keine Und dann war da eine Huch Aber ich erkenne hier Keine Anomalie Wir sagen Es ist keine Die Lichter scheinen Alles in Ordnung Tipi topi Der hat eine Anomalie Sein Mund Hoffentlich ist es das Das war es nicht Das war keine Anomalie Holy Shit Was denn da los Ja da bringt mir das jetzt nichts Nochmal rein zu gehen Das muss ich echt sagen Anomalien 20 von 40 Aber ab wann haben wir es denn beendet Das ist die Frage Hm Hardcore ist in Arbeit Okay Option Steuern sie den Player Fortsetzen Okay Also ich würde sagen Ähm Das Das reicht ne Fürs erste Mal Ich weiß nicht Ob man das irgendwie Ähm Beenden kann Ich guck mal eben Ganz kurz Ob da irgendetwas Zusteht Ganz kurz Schau ich mir das mal an Also ich muss auf jeden Fall sagen Das bockt sich Aber ich hätte jetzt Hundertprozentig gesagt Ne Also beim letzten Ist auf jeden Fall eine Weil Das sah Äh Ein bisschen komisch aus Das sah ein bisschen Bezwingen sie die Herausforderung Indem sie 13 Anomalien Hintereinander Korrekt identifizieren Sind sie Hatten wir doch Hatten wir doch Gemacht Oh man 13 Mal in Folge Anomalien Um den Test zu bestehen Hatten wir doch Geschafft oder nicht Bin ich doof Schade 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 Okay Ich würde sagen Ähm Das war's Erst einmal Ist auf jeden Fall Ein cooles Spiel Und bockt sich Extrem Ähm Kann ich auf jeden Fall Empfehlen Macht richtig Richtig Laune Ähm Ist es allerdings Äh Schwierig Ne Wenn du es So Wenn du die Ein Zehn So zum ersten Mal Siehst Dann direkt Sofort Etwas Zu finden Schwierig Plus den Zeitdruck Den du im Nacken Hast Und diese Komische Wandelnde Gestalt Die da Immer Herum Tänzelt Äh Ist natürlich Stress Ist natürlich Stress Ich glaube ich Mach da aber Noch mal Eine Runde Von Und Gucken Mal Ob ich Sah Irgendwie Mal Hinkriege Ich möchte Mal Wissen Was passiert Wenn wir 13 herausfinden Also Auf jeden Fall War es das Mit diesem Projekt Ich bedanke Mich Fürs Zuschauen Und Verabschiede Mich Sage Vielen Vielen Dank Und Bis zu einem Neuen Bis dahin Ciao Ciao